Hallo und herzlich willkommen heute hier in Grottendorf zur Aktion Gemeinsam für Mirko und Andere Gemeinsam für Mirko und Andere Gemeinsam für Mirko und Andere Gemeinsam für Mirko und die Anderen Gemeinsam für Mirko und Andere 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 Gemeinsam für Mörko und andere! Wenn Menschen sich konkret vom schweren Schicksal anderer ansprechen lassen und helfend eingreifen, ist das bewegend. Die zweite Motorikfall kam hier, ich bin das Wort versperrt von mich, das zu begreifen, was jetzt wieder los ist hier und es wurden auch viele Tränen geflossen, aber wenn ich den Kabel nicht gehabt hätte hier, ich würde hier zusammenbrechen. Und die Söte sind da! Das ist ein Kipps! Das ist ein Kipps! Herzlichen Dank! Die Visierungen, offizielle Zahl 1.149, der Kontostand 28.000 Euro. Ein riesiger Erfolg für so einen kleinen Ort wie Grottendorf.